Servus, ich bin der Alex Kiesl, ich bin Leiter der Werkfarbe hier am Standort ISA. Angefangen habe ich am 01.09.1998 als Auszubildender im Bereich Elektrotechnik, ich habe dann erinnert Betriebselektroniker gelernt und nach der Lehre war dann zufällig eine Stelle frei bei der Werkfarbe, auf die wir beworben und habe dann die aufgrund von meiner Vorqualifikation durch die Freiwillige dann auch bekommen. Wir sind am Standort jetzt aktuell 21 hauptberufliche Kräfte und 128 nebenberufliche Kräfte. Wenn es heute einmal größere Einsätze sein sollten, dann braucht man unsere nebenamtlichen Kräfte auch und dann habe ich die Mitarbeiter zum Beispiel Strahlenschutz, Rückbauteams etc., Schlosserei, Bürotätigkeiten, die kommen dann wie bei der Frauwilligen jetzt mal mit dazu, haben einen ganz normalen Arbeitsplatz hier erinnert und rücken dann mit uns mit aus, wenn etwas Größeres ist. Das wurde ja brandsimuliert in der Schaltanlage vom Block 1. Wir haben zehn Gruppen zum Üben und werden diese ganzen Übungen durchüben, dass einfach jeder Vollmann immer denselben Standard erhält, dass ich auch weiß, dass meine Mannschaft dementsprechend ausgeblüht und fit ist. Wir haben unter anderem ein Fitnessstudio eingerichtet bei uns mit verschiedenen Geräten für Kraft und Ausdauer. Das gibt es bei uns hier nicht gratis. Das ist schon eine tolle Sache. Ich fühle mich sehr wohl hier erinnert. Ich habe euch immer offene Sachen für die Leute und es macht einfach Spaß. Es macht richtig richtig Spaß hier erinnert. Wäre auch du Teil unseres Teams.